Wenn er verlässt, ist es ganz normal, gelten die gleichen Regeln wie für einen Feldspieler auch. Das heißt, er kann auch nach vorne laufen, sieben Meter werfen, Tore werfen, Fouls machen, es geht alles ganz genauso. So, und jetzt haben wir dieses Phänomen. Stell wir jetzt auf den Außen und wir haben jetzt einen zweifachen Kreis und das Spiel auf die Außen und übertreten und der Torwart wechselt. Also wir haben jetzt aber eben schön einmal gesehen, was das Ganze bezweckt, nämlich diese Verlagerung und auf eine Seite mit vielen Spielen, mit der kompletten Abwehr rüber und einer muss dann auf der anderen Seite zwangsläufig frei sein. Ja, einmal ist sowieso immer einer frei, wenn man durchspielt und ansonsten ist jetzt ja der Torhüter nochmal extra, also eigentlich könnte man sogar doppelte Überzahl jetzt schaffen, wenn man es schafft, also gut durchzuspielen. Inwiefern ist es aber realistisch, so etwas zu spielen? Gerade im Falle von schneller Mitte. Oh, jetzt auch ein interessantes Spiel mit Torhüterinnen, die wieder raussprinten wollte und mir wieder die Überzahlsituation schaffen wollen. Judith Schiller auf Lena Besenhardt und jetzt der lange Wurf, der geht am Tor vorbei. Sorgt doch für große Erhalterungen hier an der Schweriner Bank, wo man es jetzt mal etwas probiert. Na, das ist natürlich das, was wir eben gesagt haben, ist sehr gefährlich, weil das Tor ist frei und vom Auswechselraum, von der Auswechselzone bis zum Tor ist es schon ein sehr weiter Weg. Und dann wieder frei gespielt, Bonny Lenz macht das Tor, der Torwartwechsel hat funktioniert. 22-11. Und Schwerins Trainer hat seien sehr zufrieden mit der Aktion. Also ich finde es als Spieler einfach nur unheimlich anstrengend. Naja, es ist ja noch ein letztes Herzspiel, eine Vorbereitung. Vielleicht besteht da noch etwas Trainingsrückstand. Es ist, zum Probieren ist es natürlich die richtige Situation, aber ansonsten ist es natürlich nur eine Variante in engen Spielen, wo es dann, sagen wir mal in der letzten Minute nochmal wichtig ist, dieses Tor zu machen. Und ansonsten halte ich das persönlich immer für die nicht so gute Alternative, weil einfach das Tor frei ist. Und wenn die abwehrende Mannschaft clever ist, dann wirft sie einfach gleich aufs Tor und dann ist der Ball immer drin. Jetzt ist der Ball durchgerutscht. Aber Silvia Bus kann das nicht verwerten. Im Gegenzug ist es da, aber Jule Schiller. Zum 23 zu 11 und jetzt wollten sie mal versuchen, aber der Torwart war noch drin. Ich glaube, da hatten sie jetzt mit einer Überzahl gerechnet, aber der Torwart war noch im Tor. Jetzt darf er wieder raus. Jetzt sehen wir, Schwerin spielt jetzt mit doppeltem Kreis. Man hat jetzt quasi die Doppelkreis-Situation plus die Überzahl-Situation und jetzt ist das Tor leer. Jetzt ist das Tor leer und er ist drin. Katja Lorenz hat jetzt gerade das ausgenutzt, was du gerade angesprochen hast, das Tor ist leer und wirft einfach rein. Genau, es hat zwar etwas länger gedauert, als ich gedacht hätte, ich hätte gleich von hinten geworfen, aber so geht es natürlich auch. Damit ist das Experiment beendet. Jetzt, ich würde sagen, 2 zu 1 ist noch relativ erfolgreich. Und jetzt gibt es aber sieben Meter für Grünberg-Schwerin. Vom Torwurf abgehalten. Und jetzt Stefanie Dube in der Personalunion von außen halb Torwart und jetzt zum sieben Meter Punkt. Der war jetzt hoch, aber ein wenig zu hoch, an die Lande geht der Ball und auch setzt sich fort. Die sieben Meter sind heute nicht schützenfreundlich. Du sagst, du hast in der Jugend im Tor gestanden, warst du eher ein sieben Meter Killer oder sind die bei dir eher reingefallen? Ich war eher ein sieben Meter Killer, also dadurch, dass ich immer leistungsbezogen gespielt habe, war das auch auf höherem Niveau und da war man einfach gewillt, den auch zu halten. Aber es sah schon ein bisschen anders aus. Das war jetzt mal eine schöne Finte. Von Cindy Wagner. Für mich persönlich rocht das nach vielen Schritten. Wenn der Schiedsrichter pfeift, sind Schritte. Das ist eine klare Ansage. Jule Schiller jetzt mit dem Tor für Grünberg-Springen. Das hat man kurz auch Cindy Wagner durchs Bild fliegen sehen. Falsche Intosition, oder? Ja, sowas in der Art. Ja, manchmal klappt es ja auch, dann sieht es gut aus, aber ansonsten ist es immer etwas komisch. Also bei Grünberg-Springen auch die Möglichkeit genutzt, mal durchzuwechseln, mal alle Spielerinnen zum Zug kommen zu lassen. Bei dem Spiel stand auch kein Problem, 24 zu 11. Der Reisner Meissner vergisst da den Ball, lässt ihn bei der Gegenspielerin. Da hast du Gott sei Dank gegen den Fuß gegangen auch noch. Und jetzt gibt es zwei Minuten gegen Susan Freitag. Ich bin gespannt, wer jetzt wirft. Es geht scheinbar wieder Duber an den 7-Meter-Strich. Es war auch nicht halb hoch von der Warte her eigentlich lohnenswert. Versuch Nummer zwei. So, der dritte Versuch ist dann drin. Der erste an die Latte, der zweite an den Pfosten und der Nachwurf ist dann drin. Dann weiß man jetzt auch, wie groß das Tor ist. Das ist auch sehr praktisch. So, und jetzt haben wir gleich den nächsten Versuch eines Torwarts. Wir sind sehr gespannt. Könnten ja gleich mal fragen. Könnten ja vom Prinzip her fast gleich mal fragen. Jetzt aber der Konterlauf, Schiller, Tor. Sicher abgelaufen. Gleich mal die Frage. Katrin, schon mal Torwart gespielt? Als Torwart? Nein, noch nie. Es wird also gleich Premiere. Hier, Grün-Weiß-Schwerin. Versucht es also erneut mit einem außenspielenden Torwart. Aber wie, wenn ich in einem Testspiel, sollen wir das mal probieren, mal gucken, was möglich ist. Oh, das war schön gestellt und der Ball über die Hände drüber. Cindy Wagner mit dem 26 zu 14. Und jetzt haben wir wieder, schauen wir wieder drauf, das Verhältnis 7 gegen 6 Feldspieler. So, der Ball ist vorbei, der schnelle Wechsel. Ja, also es wird jetzt versucht, über die linke Seite abzuschließen, damit heute, also der Feldspieler, der frühzeitig wieder zurücklaufen kann, um den Wechsel rechtzeitig zu machen. Was mir jetzt gefehlt hätte, wäre dieses Anziehen von der rechten Seite, damit die Abwehr sich halt verschieben muss. Das wäre, glaube ich, noch effektiver dann. Wie ist das eigentlich mit, ich als Trainerin, also mit einem vollen Kader? Man kann ja nicht immer mit allen spielen. Letztendlich muss man in der Saison natürlich erfolgsorientiert spielen. Wie hält man die Spielerinnen, die nicht so oft spielen, bei Laune? Ja, das ist schwierig. Man versucht dann natürlich, wenn der Spielstand es zulässt, etwas schwächere Spieler dann gut einzusetzen. Oder sie auch im Training ein bisschen mehr zu fordern, dass sie etwas aus sich rausgehen, dass man nicht das Gefühl hat, man überfordert sie im Spiel. Es ist ansonsten aber ziemlich schwierig und vielen Trainern gelingt die Balance auch nicht. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Das war jetzt außen durchgespielt und dann müsste der Außen frei sein. Das hat nicht ganz funktioniert, zumindest nicht im Abschluss. Ja, es war wie den Rechtshänder von rechts außen erst mal ein bisschen schwieriger. Die Wurfhaltung hat auch nicht gestimmt zu der Position. Das muss man natürlich etwas anders werfen. Und bei der Teuterin dann erst mal vorbeizuwerfen, muss man auch erst mal schaffen. Das ist richtig. Jetzt gibt es nochmal Auszeit. Acht Minuten zehn vor dem Ende für Grün-Weiß-Schwerin. Und dann wollen wir mal hören gehen, was Steffen da seinen Mädels noch mitzugeben hat. Achtung. Glockenbücher. Okay. So, dann konnten wir jetzt mal ein wenig mit reinhören. Es wird also noch eine letzte Variante probiert für dieses Spiel. Wenn ich es richtig rausgehört habe, heißt das Manndeckung. Will man jetzt versuchen? Ja, viel Spaß wünsche ich den Mädels dabei. Sehr anstrengend, möchte ich nicht im Spiel. Ist natürlich im Trainingsspiel total die beste Situation, um das zu üben. Aber das ist sehr, sehr anstrengend. Warst du Trainingsfaul? Nein, ich bin, gehört zum harten Kern, der immer da ist. Man wird ja durch Training auch besser und dann ist es auch nicht so anstrengend. Jetzt ein schöner Konter. Jetzt ist sie mal nicht umsonst geflogen. Ja. War gut vorausgeahnt und auch schön abgelaufen. Zu Ende mit dem erfolgreichen Abschluss. 26.15. Ja, ist das denn eine Lücke? Sie hat jetzt nur durchgestochen, blieb ein bisschen hängen. Ist das nur eine Lücke, wo sie hätte reingehen sollen oder eher nicht? Auf jeden Fall. Ja, die Lücke war auf jeden Fall da. Hätte sie den Ball behalten, wäre das die Torgelegenheit gewesen. Trainer sagt gerade, sie soll langwerfen. Was heißt das? Lang ist immer der Pfosten, der weiter von einem weg ist. Also wenn man nun von links außen wirft, dann der hintere. Das ist...